hallo herzlich willkommen hier auf dem kanal mit sonst ein challenge projekt mit natürlich dem top spieler dem ls profi und den kleinen nahen chrissy wie bei der glättsagenden abend die ballen reingefahren joo freunde servus ja ich bin doch dabei beim arbeitenden wieder ich hab schon volle beleichterung ist gar nichts erzählen sie ein bisschen was haben sie eine coole story holen sie was wissen hauens muss aus muss gerade mich ein bisschen konzentrieren die überlegen wir dabei was was ist jetzt zu denken was aus sollte man es ausdenken habe ich schon verstanden jungen 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 es macht das getreide vermachbar abnehmen doch nicht Schauer, wenig. Du siehst halt wirklich kaum was in der Nähe. Du musst hier wirklich nach Gefühl fahren, Alter. Dann sind wir einfach zu dunkler Spiele stehen. Hätte ich auch mit meinem Meepack nehmen können, dann hätte ich nur schwaden können. Schwaden in der Nacht ist noch schlimmer. Jetzt gehen wir mit dem Big M einmal drüber fahren mit Schwadablage und dann passt das. Yo-Yo. Machen wir überhaupt gerade. Ansehen. Ja. Jetzt? In der Nacht? Was ist hier los? Zeit ist Geld, Herr Kollege. Weiß, aber jetzt in der Nacht ansehen ist natürlich auch gewagt. Hm. Es rukelt halt ein bisschen. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Da muss ich wohl rauskommen. Oh, aber es geht schon. Das geht schon, Herr Kollege. Ähm, so, jetzt muss ich kurz noch wohl schauen, aber da war die Bohren, da war die nebenher. Ich kaufe auch immer die Flächen, wo wirklich alles im Weg steht, die kleinsten Dinger wirklich auch Kollision haben, Alter. Ich mach's mir auch wirklich immer extra schwer. Ja. 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 Kollege, wo sonst ein bisschen dazu. Das ist krass. Das ist krass. Ich kann in der Nacht nicht mehr. Ja, was wollt ihr denn sagen, Herr Kollege? Es kommt ja danach auch noch ein cooles Spoiler zu, ist ja nicht. Ja, aber da tun wir nicht zu viel Spoilern, Herr Kollege. Nö. Ich hab kein Spoiler. Nein, sie wissen ja schon, dass ich uns neues Projekt machen. Aber wir noch. Ich sehe nichts, wo ist denn da? Ah, da ist wieder der Anfang. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ich kann wirklich glauben, wir werden von der Krone gesponsort, Alter. Hm. Und vom Fans, Junge. Ich sehe die Helligkeit bei Rollstein. Ich mach mal. Ich mach mal mit Jada. Gucken, ob das dann besser ist. Ich hab ja mehr gesehen, aber ich sehe da genauso wenig. Wobei, ne, man sieht sich da noch ein bisschen mehr. Wie viele Stunden haben sie am meisten oben? Auf dem Schlepper? Ja. Ja. Mein LKW, 6,5 Stunden. Mhm. Mit den meisten Stunden. Danach kommt meine Holle mit 4,5. Danach mein Deutsch mit 3,3. Ja. Wie ein Turnier ist jetzt, wo das. Ich glaube, ich habe 6,1. Aber mein LKW wird natürlich auch viel benutzt. Ich glaube, das ist mein Hauptgerät. Mit dem Shader läuft das einfach besser. Was machen Sie jetzt? Ich merke gerade auf meiner Wiese. Ich sehe halt gar nichts. Ich auch nicht viel. Die volle Beleichterung bei meinem Deutz. Rundum leuchtet auch noch an, Alter. Ich sehe gar nichts. Justin 10 kann kein Big M fahren. Kurven auf Panzerang. Ah, ja. Der Kollege. Ich sehe nichts. Wo ist denn da der Umfang? Ich sehe nichts. Wo ist denn da der Umfang? Leise? Leise? Ja, du sollst leise sein. Leise? Bruder, ich wusste gar nicht, dass man leise mit Bockelleis schreibt. Nein. Das ist empatisch auf jeden Fall. Du spielst wie nur 3 kann ich nicht. Ich denke aber, dass er kann ich nicht. Oh Mann ey. 0-2. So geil. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts, das spielte mir auf. Du spielst? Der Kollege. Leider um vollen Satz zu schreiben? Na, schau auf dann. Vielleicht schreiten wir hin. Ja, Kollege. Ja? Was sagen Sie sonst so, außer nichts? Ich konzentriere mich, wie gesagt, es ist so dunkel, du kannst kaum mehr gucken. Irgendwann. Hm, sehen wir bei mir beim Wahnsinn. Hä, wo ist das Gras hin? Hä? Das Gras ist einfach nicht mehr. So dunkel, Alter. Folge tun wir auch, je nach der Folge tun wir auch erst einen Vorsprung. Sorry, Leiteln, aber ich muss mich da konzentrieren, ich kann da nicht vollreden. Ich muss doch langsam mal den Gräser verkaufen, der zu 14 lang so echt, nach vorne die Ausfahrt. Deswegen verkaufe ich nichts. Scheiße. Du musst doch langsam mal den Gräser verkaufen, der zu 14 langs und euch erfrendet die Ausfahrt. Zitzen, die Zitzen sind. Hm? Was? Viele sind nicht mehr zu nehmen. Viele sind nicht mehr. Das ist halt unnormal für euch. Reisverkäufer. Was? Der Reisverkäufer. Was haben wir? Das ist halt etwas neben der Spur, muss ich sagen. Aber richtig. Mann, dieser Zau. Ich sieh nix. Aber meine lieben Freunde, das war's in der Folge. Ich hoffe euch gefallen. Lasst keinen Like und auch der Result, Freunde. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Mach's gut. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.